Musik Neulich hatte ich eine Unterhaltung mit meinem Manager Es ging um mich und Musik und dass ich nicht mehr weiß Ob die Menschen in dieser schweren Zeit überhaupt noch bereit sind Sich mit meinen kranken Gedanken zu befassen Vielleicht sollte ich es lassen und was Nützliches tun Doch er sagte nun, aber stopp, du unterschätzt Das Bedürfnis der Leute nach Pop Wann, wenn nicht jetzt, musst du sie mit deinen Worten begeistern? Eine erbauliche Melodie, die ihnen hilft Ein Tag nach dem anderen zu meistern Na wenn das so ist, ja, wer sich Wir werden alle sterben, haltet euch bereit Die Zeichen sind eindeutig, bald ist es soweit Vielleicht schon heute Abend, vielleicht in einem Jahr Doch alle werden sterben, traurig abend war Okay, vielleicht war das nicht unbedingt Das, was man in einer gemütlichen Runde singt Was meinen Manager aber nicht stört, sagt er Denn die Hulk hat erheblich in einem Charakter Steckt euch ein Pennerchor auf dem Piratenschiff Oder ein Haufen Penner vor Die zu diesem harten Riff mitzingen Könnt ihr mir den Gefallen tun, bitte Drei, vier Wir werden alle sterben, haltet euch bereit I Ja